Musik Ich wollte ihn wegköpfen Ja, so, kapst da rein Hallo und herzlich willkommen Leute zu Let's Play FIFA 14 Karriere Mit den Superstufen von Mainz Alter, guck dir mal die Trikots an Das ist das einzigste Geile Das rote geht auch in Ordnung Aber, okay Aber guck mal von Hannover Ja, warte, von Hannover Wie ihr schon seht, Mainz Alter, wie groß ist der denn bitte? What the Mainz gegen Hannover Mainz gegen Hannover Mit dem Harald Fummler Als Schiedsrichter Ja Was ist das hier unten eigentlich? Das hab ich mich mal geparkt hier Keine Ahnung was ist Du bist dran, oder? Bam Ich würd mal sagen Super getroffen Weil ich einfach der König bin Ich glaub da müssen wir Start drücken Ja mach halt Oh, hab ich Start gedrückt Hehehe Okay, bin ich gut oder? Ruf gegen Blau Ah, ich bin blau, okay Frau gegen Braustin bin wir hier Ich bin übrigens auch Brünen Hahaha, witzig Alter, doch nicht zur Ego Neben mir grüße ich Frank Buschmann Dankeschön Manni, ich grüße Sie auch alle recht herzlich und freue mich auf dieses Fußballspiel und hoffentlich auf Spitzenfußball Ohhhhh Oh, was ein Schuss Was ne Scheiße Boah, der Hammer Boah, der Hammer Also Aber der ist aber grad echt voll lecker, ey Gehen den FSV Mainz 05 Schiecht doch Zwei Mannschaften Bei denen man ganz getrost von einem Fehlstart sprechen kann Oh, was ein Lopper direkt Oh, was ein Pass direkt zu mir Ah Ja, drei Punkte sind Pflicht Ja, drei Punkte sind Pflicht zu sein Boah, und was ein Pass lau Oh, lau Oh, die schnellen Mainzer Oh, Niki, nimm erst an Du schießt die besser Kommt zurück Kommt zurück Oh Loll Niki, du bist so ein Waschlappen Ja Ja, der hat noch gekriegt Du bist ein Waschlappen Waschlappen Ah Nicht übersteigen Schuss Alter, diese Zeitsprünge Toll Alter, mach nochmal gescheit, Junge Oh, die Trixen Oh, die Trixen Oh, die Trixen Oh, die Trixen Schmiedebank Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt den? Oh, was ein Pass Oh, der war eigentlich gar nicht so schlecht Alter, nimm doch den Ball Geil Ich bin nicht im Achseins Ich bin nicht im Achseins Und Kopfball Kopfball Oh, schade Der war ganz schlecht Alter, guck mal, hast du grad die Maschinen gesehen? Ja Wo ist der, oder? Warte, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Keine Ahnung, wer ist das? Der Doktor Friedeberg Äh, aber die Kommt das nur davor Oder sind die jetzt schneller? Äh Wie kommen wir die Mainzer jetzt viel schneller? Loll Ja, okay, weil wir davor gegen Stuttgart gespielt haben wahrscheinlich Oh du, ach, da bin ich Ne, Klaus, ganz schlecht Ganz Schlecht Oh, wunderschöne Traumkombination Richtig Schlecht Oh, ich hab ihn gehalten Eks nach vorne Eks 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 Okay, Müller, der ist schnell Komm, ich geb dir ne geile Funk, okay Ah, der entwickelt sich möglicherweise Jetzt nicht mehr Was ist das? Uuund Ja Ja, Mann Das war ich sogar Ja, Mann Das war ich sogar Zirkus, pass auf, was kommt der jetzt? Der Junge ist voll geil Hehehe War das gewollt, wenn du meinst? Alter, guck mal den hab ich sogar an Nein, den hab ich Ich war da auch noch geplanten Ja, aber du warst immer auch seit Herzen angenommen, wär das kein Träum gewesen Aber 1-0 würde ich mal sagen. Und wisst ihr was 1-0 heißt? Wir sind auf dem Weg zu unserem ersten Sieg. Zwar auf Halbprofi, aber... Ganz ehrlich... Wie der Hitmann! Was? Erstmal ne große Fresse haben von Sieg... Alter Niki, bist du behindert! Ich wollte mich... Ja, so Köptern! Klares Foul, er grätscht ihn so richtig... Er köpft mich... Da gibt's kein Vertun, der schiebt und der liegt richtig... Oh! Oh! What? Miaue! Nicht so weit mit der sind. Der muss so laufen, dann kann der ja kein... Was ist denn da denn? Hä? Nils! Also das muss man wissen! Alter! Hilfe! Wer braucht denn Hilfe, welcher Waschler? Pass mal auf! Äh! Nö, der ist nicht im Abseits! Nein, war der nicht! Überhaupt nicht! Null! Wo ist der denn im Abseits? Okay, soll er läufe in der Unterbrechung? Mann! Alles wegen Mädels! Ja... Darf mal richtig viel! Ja... Toll, Niki! Toll! Woah! Toll, Niki! Niki, nicht die Innenverteidigung aufziehen! Ganz schlecht! Ja! Ja, genau! Wann haben wir hier denn durchgekriegt? Wie ist denn jetzt? Klautrass! Das wird sich jetzt keine Aufwagen! Aber bitte schön! Das ist jetzt die Quittung! Das ist der Ausgleich! Lauf, lauf, lauf! Ach, bleib doch bei dem, Niki! Ich hätte dich geschickt! Ich habe noch einige Sachen gemacht! Lauf! L curtains! Jol! Was machst du denn?! Wann hol hier? Ich habe schon Niki, gießt du dieses Abo! Ich bin 14. Nein! Bitte nie drへcht! Ich bin 14. Heute Morgen, schreit! Was für ein cleverer Pass! Was denn? Was war denn denn? L enjoyment! nicht das timing nicht gestimmt deswegen abseits doch und du hast du denn hin die drück so ja ja so hast du gedrückt genau so jetzt könnte es gefährlich werden Ja, dachte ich auch. Na scheiß drauf, mein Karras jetzt erstmal. Den Dach er jetzt mit FIFA. Alter, das war... Das war... Hä? Alter! Felix, wegen dir kriegen wir ein Gegentor! Felix, du bist scheiße! Wo ist der jetzt schon wieder? Ja, der ist rausgegangen. Das zählt nicht. 1-1-1 Aber Nick, jetzt komm. Warte, den drücken! Du sagst zu mir, mach gescheit! What? Achso, das war unser schneller Metafor-Spieler. Ah, 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 ah! Ah! So, dann hab ich diese Rettung gesagt. Nicky, du bist so scheiße! Oh, weg dich! Oh, weg dich! Das ist doch nicht witzig! So, warte doch! Aber völlig zurecht! Das ging nur auf die Knochen! Das war ein schöner Versuch! Er ist für seine Distanzschüsse... Toll! Renn doch! Ich liege! Und Nicky ohne Witz! Das ist doch scheiße! Das ist doch schon mal zu spiel! Das ist doch schon mal zu spiel! Deswegen geht der Ball ins Haus! Und ich lade ihn in den Moor! Ich lade ihn in den Moor! Und ich lade ihn in den Moor! Christian van der! Schmiedebach! Ein harter Arbeiter für die ganze Wiese! Nee! Ach was! Ich lade ihn in den Moor! Ich lade ihn in den Moor! Nein! Ach, wie toll! Was hängt denn da vorhin hier? Nice! Ah, warum rennt er da nicht rein? Nice! Ich lade ihn in den Moor! Ah, ja! Der blockiert dich halt! Ja! Du lieber Himmel! Das gibt's nicht! Dann kommt er da noch dran! All der hat dann mit einmal draufgeschossen! Die Ecke! Nee, die weiß noch zwei Walten! Zwei Walten! Zwei Mal! Zwei! Zwei! Ja, das war zwei Mal! Gute Übersicht! Im richtigen Moment! Im richtigen Moment! Gute Übersicht! Soll man richtig geile Bälle hinfliegen, wenn man so angedreht schießt? Ist alles gut? Nee! Also auf jeden Fall soll man da richtig geile Bälle hinfliegen, wenn man so reindreht! Er kämpft! Er kämpft! Er kämpft! Er kämpft! Guck, jetzt riechen rein! Nice! Toll! Und in den Tor! Boah, wie stark! Boah, der hätte den Torwart mittels Tor befördert! Oh, schuss! Ja, genau! Wie geht das? Oh, Fallrückdieren! Oh, Nikila! Ey, das gibt es nicht! Boah! Alter! Alter! Das war voll geplant! Alter! Der war geplant! Das hat schon zehnmal funktioniert, nur das eine Mal nicht genau! Ja, das war echt gerade toll! Lol! Und dann kriegt der nicht! Er hat ihn doch! Alter! Alter! Jani! Ja! Und geiler Jubel! Juuu! Loll! Nicht auch! Alter! Alter! Foul! Niklas! BAM! Ja, läuft doch! 2-2! Kannst du sie machen? Es geht voll! Also, ich habe eigentlich gerade, wenn ihr es genau wissen wollt, selber... Unterflanken? Ja, da kommt was auf! Wohl! Sorry! Ohne Spaß! Äh! Warte! Ja, geil! Wie schnell! Diese Trickser! Oh! Und... Lauf! 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 Schuss! Niklas! Und... Oh! Niklas! Jetzt nie bekommen einer! Wuiiii! Alter, alter, alte Nussverfahren! Ey, aber es steht 3-2, wir haben es gewendet! Tschuiiii! Und du! Das war kein Foul! Das war bald gespielt! Die Sparten! Und du sagst! Oh! Weiß nicht, Gresh will ich dich von hinten in die Beine grünen! Oh! Der Ede! Der Meister Ede! Der Meister Ede! Jetzt bin ich sogar der Peter lustig! Lol! Wo bin ich? Boah, was ein Kopfball! Schuppermotis! Alter, nice! Der Dribbler hier! Boah! Schön gerettet! Gut! Ja, besser als aus, oder? Aber... Dahinten spielen wir? Konnte ich... Konnte ich dich sehr holen! Das waren 7 Spiele! 87! Ja... Lol! Hol ich! Lol! Wo rennt der hin? Nice! Alter, Niklas darfst du nicht machen eigentlich, ne? Unten war der jetzt ganz alleine! Alter, guck mal wie schnell meiner ist! Lauf! Boah! Bojan spielte den genau auf die Füßchen! Lol! Ja! Ja! Das war halb! Ach! Nein! Nein! Wir haben eine Rose! Dort sind die vierte Toren! Oh, nice! Also Niklas! Das reicht aber! Erster Sieg! Also mit mir ein Profi! Aber ich würde sagen, wir nachstellen dann wieder auf die Füße! So! Lot! Worte Abwehr aufmerksam! Uuuuh! Echt? Echt? Wie dribbelt der denn? Der kann nicht dribbeln! Der könnte sich eine Chance entwickeln! Ey denn! Das funktioniert der Ball frei übers Spielfeld! Ja! Nein! Scheiße! Schade! Schade! Der wär gut! Loll! Lauf doch rum! Nullig! 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 Jetzt haben Sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt! Immer entgegenlaufen! Nullig! Wichtige Grundlage! Ja! Nullig! Und dann! Dann gibt der mir den Ball nicht! Da! Der kann ich nicht dribbeln! Nullig! Nullig! Das ist nicht so! Schrei! Ich muss ein bisschen auf Zeit spielen! Jetzt sind mal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff! Ohne Spaß, warum kriegt man denn den? Ja, dann steht einer, dass es nicht gut geht. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Ein gefundenes Fressen, ernsthaft? Nein, nein. Doch. Loll. Doch. Weißt du, wie maximal wir im Abseitsstand? Ja, das sieht jeder. Ich glaube, es war gleiche Höhe. Ja, das sieht man. Loll. Ja, der mit dem Gleichen. Loll, wie ist denn der bald gerade geflogen? Soto. Loll. What the fuck? Habe ich. Loll. 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 Habe ich. Sicher. Nee, ich bin sicher. Hey, hey. Loll, wie langsam der ist. Ja, besser als wenn er so schnell schwingt. Flanke. Flanke. Und. Oh, die war gut, die war gut. Zuerst. Nice. Loll. Dank seiner Übersicht konnte er den mal ganz souverän abfangen. Oh, lauf doch schneller. Oh, sei doch schneller. Nice, die Flanke. Göttlich. Der hat sogar gebunden. Oh, 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 oh. Wir haben nicht mit Abwehr gerade. Oh, oh, holen wir. Oh, oh, holen wir. Oh, ich holen wir. Oh, das ist niemals. Rutsch. Ahhhh. Also wird doch was geil. Wow, schön geklärt von Niklas Schmidt, dem Profispieler. Und ich bin der Mann von der Matthäuser. Ja, ich bin das arrangement. Was ne Vorlage schießt… Oh оF LeUM 800m. Jубʾ escrito iBian назад. Ja, ich hab nen Salzschirischen myślę gebringt. Das sah voll synchron aus. Erstmal 10 Stunden, der hat dich voll weggedrückt. Der hat mich mega gezogen. Es gäbe Meter übrigens wer der flaw ärger aus. Leute, das dehnt meiner Sicht. Ist das etwa ein D, ne? Ah, ist die. Meinst du da unten? Scheiße, da war es zu weit. Boah, nein, den krieg ich noch unten. Den kriegst du locker. Ja, Niki. Ups. Oh, ja, genau so, das ist super. Es geht immer noch nicht zusammen, sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch nochmal was zu verhindern. 2 zu 4, das ist gar nicht so gut. Alter, wie lange haben wir Spielzeitlänge eingegeben? 8, nimm uns besser. Was nach vorne? Oh, damit hat er nicht gerechnet. Ruck, 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 ruck. So lang drücken kann ich nicht, oder? Dann nach hinten spielen, bitte. Lohen, wo schießt du? Ja, hinten, Mann. Von dem Winkel sollen wir ziemlich gut Tore schießen. Außer den Nils. Außer den Nils, weil der viel zu lange auf den Kasten zieht. Drück, 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 drück. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Was, ein Pass. Schuss. Boah, Alter, der Mann, als. Jetzt, lol, warum macht der keinen Seil? Guck mal. Oh, oh. Kappen, Crash, voll. Alter, der war übel, geil, schau ihn dir mal an. Bam. Der Opa sagt, es ist der einzige, wie der ein bisschen bewegt ist. 5 zu 2, okay, gut, wieder auf Rufschütteln. Um das umzubegen, dann musst du nicht mehr auf Rufschütteln. Aber warmexperiment ist jetzt natürlich ein bisschen doof, deswegen ist es so leicht wie wenn... Ach, ich meinte, Hannover ist richtig gut, aber wir sind Mainz. Bam. Normalerweise wick der so. Der Ball ist weg. Danke. Oh, der ist verletzt. Oh, nie. Ich hoffe, dass wir mit einer Aufnahmesversuchung rausschneiden. Nice. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab so... Der denkt sich. Der denkt sich. Der denkt sich. Der denkt sich. Ja, ohne was ich jetzt so locker ein Tor geschossen. Hau weg, hau weg. What the... Du machst ein Eigen-Tor. Nils. Soll ich mal sagen, was passiert ist? Ja, dann warten wir. Der drückt mich und ich... Oh, was rumme. Los, komm doch her, komm doch her. Ja, ganz bitter. Ja, ganz bitter. Ach, fast. Als wir das zunächst gesehen haben. Oh, den hat er sich locker hat. Was denn? Ja, dann profitiert er vom guten Stellungsspiel. Dann er denkt sich nicht mehr. Und dann treibt er seine Vorderleute an. Bewegung, Bewegung, hört man ihn rufen. Schuppermoteng. Los, Nikola, den krieg ich. Ah, Mann, Nils. Ja? Wie groß der war? Der Schuppermoteng? Der Schuppermoteng? Der Schuppermoteng? Der Doku heute, wo kleine Augen. Die kleine Augen. Die kleine Augen. Halt auf! Mein Gott! Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heighting-Denste. Gib mir halt nen Vogel ins Gesicht. Gehst du mir ne geile Flanke? Ja. Alter, gib mir den Spieler, Junge. Äh! Mein Gott... Nein! H خeingach! Ach, du isst doch nicht rob motivates! Äh! 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 Oh, Klär have man geil gewesen! Der Trick war geil. Lol, hat sich grade den Sein Hosenpacken gesehen? 2013 er Comment般 blown up. Deskriege! Ichνη officers. Ich bin nach vorne. Nein! Alter, hab ich den abgeschossen. Ich hasse das, wenn du dich auf den Kopfball vorbereitest und dann steht da kein anderer und es gibt so einen langen Schuss. Den deck ich. Gut, ich mit den Spieler wegnehms. Toil! Arme Sohme! Was denn? Das war doch gar kein Foul. Weißt du, ich kann es wenigstens so, dass es keinen Foul gibt. Ja, du kriegst eine rote dafür. Guck hier, zack! Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Niklas! Bist du behindert? Iiiiick! Leichte Sache. Easy peasy. So, jetzt schießen wir ein Tor. Das ist nämlich geplant. Die ganze Zeit an. Ihr seid aus wie ungeplant, aber jetzt gebe ich den Ball. Pass auf! Zack! Warte, das war noch geplant. So, ja. Warte, ist immer noch alles Zeit des Plans. Weil die müssen denken, sie werden gut. Und dann kommen sie dahin. Ich schieße schnell vor. Nils rennt nicht und... Gut angenommen und behauptet. Los! Nein, ich bin abseits. Ja, wir machen es easy. Schoss! Äh! Ah! 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 Wo schießt du ihn? Hä? Der hat, der Abwehrspieler hat den weggekippt. So soll man Tore schießen. Hm? Danke, wann wir retten. Ja, aber du siehst, Mariel, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder, der Wille ist da. Da kommt noch was. Na, 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 na! Ja, was ist mit dem los? Irgendwie kommen heute seine Fäße nicht an. Ah! Ah! Hier! Vor! Ja, warum läufst du denn nicht? Ah! 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 Okay, ich würde aber sagen, fünf sind reingeworfen. Oh nein, da gucken wir mal unten. Aber wir haben sogar sechstes Tor, wo wir gemacht haben. Ja, wir haben sogar sechstes Tor. Das ist der Echtvogel. Oh, der wird schlecht schlafen. Ja, aber war ausgeliefert. Das war's für heute. Zweikämpfe waren ausgeglichen. Ja, weil wir viel Lüfter gegen Rätschel. Jede Grätschel zählt. Genau. Und damit sind wir auch nicht mehr ganz im Tabellenkeller. Endlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Ich zeige euch die Tabelle, oder? Nein. Doch, die Tabelle wollen alle noch sehen. Die Tabelle wollen alle noch sehen! So, da drüben. Wir sind jetzt Viertelter. Ja, richtig geil. Bremen ist Letzter. Wie scheiße sind die eigentlich? Wer mag schon Bremen? Und damit Hansi. Danke fürs Zuschauen. Und bis Tschüss. Adios.